Hi, hallo und herzlich willkommen zu meiner Mittwochsminute und ich sag's ja jeden Mittwoch, die Mittwochsminute ist ein ganz besonderer Moment, so auch diese Mittwochsminute, es gibt halt nämlich gar kein Buch zu sehen, sondern ich freu mich so unheimlich auf Halloween und auf meinen Halloween Livestream am Donnerstag, also morgen schon mit der Lena ab 20 Uhr auf dem Kanal Expecto Booktronum machen wir unseren echt spooky gruseligen Halloween Livestream und deshalb gibt's heute als Vorpremiere praktisch mein Probe-Make-up im Zeitraffer. Die Mittwochsminute startet genau jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017